Willkommen Publikum, willkommen Freaks in Herford MX und dieses Mal mit einer echten Live-Überraschung. Wir haben McCoy's Sun Project da, zum einen mit Gitarre, zum anderen mit Schlagzeug, also echt live und trotzdem Goa, die Rock'n'Roller, das Goa aus McCoy's Sun Project. work. UNTERTITELUNG 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.